Hallo, mein Name ist Eugen Pfister, ich bin Historiker und Politikwissenschaftler. Im folgenden Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur behandle ich Through the Darkest of Times und schaue mir an, welche Bedeutung es für unsere kollektive Erinnerung an die NS-Zeit hat. Das Spiel des Berliner Entwicklerstudios Paint Bucket Games ist 2020 unter großem internationalen medialen Echo erschienen und steht für einen Paradigmenwechsel in der Darstellung des NS-Regimes in Spielen. Through the Darkest of Times ist eine rundenbasierte Simulation. Darin übernehmen die Spielerinnen mittels eines Avatars die Leitung einer kleinen Widerstandszelle in Berlin Anfang 1933, kurz nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Auf einer strategischen Berlin-Karte müssen dazu Runde für Runde die Einsätze der verschiedenen Mitglieder geplant werden. Dabei kommen die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der Charaktere sowie auch deren politischer Hintergrund zum Tragen. Mögliche Einsätze sind das Anwerben von Unterstützerinnen, das Sammeln von Spenden sowie Aktionen, die sich gegen das NS-Regime richten. Diese reichen vom Vorbereiten, Drucken und Verteilen von Flugzetteln über das Anbringen politischer Parolen an zentralen Orten, bis hin zur Befreiung politischer Gefangener und gegen Ende des Krieges Anschläge auf militärische Einrichtungen. Dabei steigt im Laufe des Krieges bei jedem Einsatz die Gefahr und es droht ständig die Verhaftung. Durch gelungene Aktionen kann die Moral der Mitglieder gehoben werden, die sonst beständig sinkt. Ziel ist es, durch vorsichtige Planung, also vor allem bis zum Ende des Krieges die Moral der Gruppe durch die gelungenen Aktionen gegen den NS-Apparat aufrecht zu erhalten, ohne dabei gefangen und oder vom Regime ermordet zu werden. Through the Darkest of Times macht bewusst den Widerstand gegen das NS-Regime zur Spielmechanik. Dabei vermittelt es konsequent die Gefahren, die für alle Beteiligten und deren Familien damit verbunden waren. Mittels narrativer Zwischensequenzen erzählt das Spiel wie noch kein Spiel davor episodisch von Antisemitismus, vom Rassismus, aber auch vom systeminhärenten gegenseitigen Misstrauen der Berliner Bevölkerung während des Nationalsozialismus. Das Spiel geht dabei also in mehrerlei Hinsicht völlig neue Wege in der Darstellung des NS-Regimes, da es weder das Leben eines Soldaten, wie die meisten First-Person-Shooter simuliert, noch eine abstrakte Feldzugssimulation ist, sondern eben bewusst die Perspektive der Berliner Stadtbevölkerung einnimmt. Dabei bedient es sich zum einen aus Wirtschaftssimulationen bekannter Spielelemente, wenn es zum Beispiel um Ressourcenverwaltung und Effizienzmaximierung geht, zum anderen klassische Rollenspielelemente. Das zeigt sich in den Charakterwerten, die durch Stufenaufstieg gesteigert werden können. Kritisch einwenden könnte man, dass das Spiel naturgemäß Abstraktion bleibt. Ressourcen müssen strategisch eingesetzt werden, die Moral lässt sich in Zahlen messen. Die historischen Charaktere drohen, hier hinter den Zahlen zu verschwinden. Dahingegen wirken die erzählerischen Momente der Zwischensequenzen manchmal vom Rest des Spiels getrennt, da sie unabhängig vom Spielverlauf immer gleich sind und einzelne Entscheidungen der Spielerinnen innerhalb dieser Sequenzen im Spiel selbst oft nur wenig spürbar sind. Auch ist der Sturz des Regimes im Spiel vom Programm her keine Möglichkeit. So erzielt das Spiel zu möglichst vorsichtigem Taktieren, um alle Widerstandsmitglieder nach Möglichkeit bis zum Kriegsende am Leben zu erhalten. Allerdings zeigen sich gerade in diesem Moment auch durchaus historische Anknüpfungspunkte zur Geschichte des Widerstandes. Through the Darkest of Time bietet sich aufgrund seiner Darstellung des Alltagslebens im Nationalsozialismus, aber auch aufgrund seiner zugänglichen Spielmechanik und der rundenbasierten Struktur, gut für die Vermittlung der Geschichte des NS-Regimes an. Wie noch kein Spiel zuvor bietet es nämlich eine Perspektive von unten. Es erzählt nicht von militärischen Heldentaten und Feldzügen, sondern von nachbarschaftlicher Hilfe, von Gestapo-Verhören und geheimen Partys. Historische Momente wie der Reichstagsbrand werden hier geschickt und klug aus den Augen einfacher Bürgerinnen gezeigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Befragen wenden Sie sich bitte an der Stiftung Digitale Spielkultur oder aber an den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.